In den frühen 90ern auf einer menschenleeren Straße in Manhattan führte er fünf junge Frauen zusammen, die zu Ikonen werden sollten. Linda, Cindy, Tatjana, Christy und Naomi wurden vor der Linse Lindbergs zu Supermodels. Es dauerte eine Weile, bis Bilder von Frauen sein Leben veränderten. Die 90er? Mein Gott, ich war 20. Es ging nicht immer um perfekte Schönheit. Das wollte ich nicht und das war auch nicht das, wonach Peter suchte. Was waren das für Geschichten, die Lindberg nicht erzählen wollte? Das wollte ich herausfinden. Die Schwester, die Partnerinnen, Freundinnen, die ihn geliebt, unterstützt, begleitet, verloren und wiedergefunden haben. Es war ein anderes Leben. Er ging auf Reisen. Er fuhr kreuz und quer durch Europa. Das Werk jedes Künstlers ist autobiografisch. In Asterlagen und Rheinhausen waren die Kohlebergwerke. Er wollte das Mechanische, das Industrielle mit den Bildern der Mode verbinden. Alles für die Kunst, für Essen gab er nie was aus. Von überall kommen Leute nach Los Angeles und hoffen, dass hier ihre Träume wahr werden. Wenn du hier nicht stark bist, gehst du unter. Du existierst nicht. Hey, shut up already, shut up! Er wollte Bilder, die lebensnah und spontan wirken. Es war völlig normal, dass ich damals eifersüchtig war. Unsere Zuneigung hat uns durch schwierige Momente geholfen, aber es gab auch eine Art von Verrat. Nichts ist schöner, als die Frau zu fotografieren, die du liebst. Nichts ist schöner, als die Frau zu fotografieren. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017